Guten Tag meine Damen und Herren, herzliche Grüße zu dieser großartigen Konferenz bei der La Fana. Wieder einmal die La Fana zeigt, wo es langgehen soll. Prima Sache und ich freue mich dazu auch einige einleitende Beiträge zu leisten. Sie wissen, so ein alter Mensch wie unser 1. Klaus Dörfer versucht immer noch das aufzugreifen, was junge Leute wie Sie zu lernen oder einzubringen haben. Untertitelung des ZDF, 2020